Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Ruven Schröder hat ja unsere Defensive in den letzten beiden Tagen doppelt verstärkt. Maya Yoshida, Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, sowie Cedric Brunner, zuletzt bei Minja Bielefeld, sollen ja dabei helfen, die Klasse zu halten. Und von beiden Spielern hat unser Sportdirektor auch eine wirklich hohe Meinung. Wir wünschen uns Leadership, Ausstrahlung und Erfahrung für die Position in der Innenverteidigung, zählt Schröder auf, welche Eigenschaften neben der sportlichen Qualität für die Verpflichtung von Yoshida gesprochen haben. Denn er ist wie kein Zweiter prädestiniert dafür und in unseren Gesprächen direkt absolut überzeugt gewesen von dem Schritt zu unserem Verein. Maya verfolgt den FC Schalke 04 schon seit längerer Zeit, vor allem wenn er mit Azuto Yoshida, einer seiner besten Freunde, die er gespielt hat. Auch Kuhi Takura hat Maya viel Positives über unseren Klub berichten können. Der 1,89 Meter große Defensivmann tritt seine neue Aufgabe mit der Erfahrung von mehr als 400 Fliegspielen als Profi in Italien, England, den Niederlanden und Japan an. Maya wird uns guttun, sagt Schröder über den zweifachen WM-Teilnehmer und erklärt auf Nachfrage zu dessen Alter, dass dies lediglich eine Zahl sei. Ob ein Spieler 33 ist oder jünger, wichtig ist doch, dass er gut ist und uns hilft. Maya ist topfit. Japanische Spieler leben für ihren Sport, achten sehr auf die Pflege ihres Körpers. Makoto Azebe zum Beispiel ist bereits 38 Jahre alt und hat auch in der abgelaufenen Saison erneut Top-Leistungen gezeigt. Und ich denke mal, das sollte auch alles aussagen, weil ja viele schon wieder gemeint haben, auch mit 33 Jahren, ob er wirklich uns da nochmal helfen kann. Sredrik Brunner ist ja dann der zweite Neuzugang für die Defensive und trifft ja bei uns auch auf seinen ehemaligen Trainer. Denn der Schweizer spielt ja jetzt bei Mina Bielefeld eben auch unter Frank Kramer. Der Rechtsfuß bringt die Erfahrung von mehr als 100 Spielen im deutschen Profifußball mit. Schröder sagt über unseren rechten Verteidiger, Cedric erweitert defensiv wie offensiv unsere Möglichkeiten auf der rechten Seite. Gegen den Ball ist er ein höchstverlässiger Nebenmann. Gierig in den 1 gegen 1 Duellen und insgesamt ein sehr verlässlicher Verteidiger. Und in der Offensive kann er durch sein gutes Tempo für Gefahr sorgen. Und damit unterstreicht er nochmal, wie wichtig auch diese Transfers für unser Team sein werden. Sowohl sportlich, aber eben auch menschlich. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker 5 5 6 10 13 1500